und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von let's play dr mario world level 205 ich wäre gis level ok beseitige alle viren woche entweder doktoren die ich nicht habe die werden als beste doktoren angezeigt so machen wir jetzt einfach mal so rum so machen wir mal so rum nein ich habe mich verbaut müsste ich noch mal so rum ich weiß dass wenn sowas passiert so wo sind jetzt die anderen das ist blöd vielleicht hätte ich mal gucken müssen wo die anderen sind es sind 20 das sind 218 ok die anderen zwei wo sind die anderen zwei müssen ja auch irgendwo sein 218 238 238 238 248 Das ist schon leicht merkwürdig. Mal gucken. Die Sache ist nur, so viele Züge haben wir jetzt nun auch nicht mehr. Das ist doch verwirrend. Wie kommt man bitte auf so ein Level? Ich mach jetzt einmal mal so. Okay. 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 Oh, das ist einfach mal. Oh, das ist einfach. Ich mache es jetzt einfach mal so rum. Ach, und da ist jetzt zum Beispiel so einer. Das ist wahrscheinlich da oben der andere. Das heißt, wir kriegen das jetzt zum Beispiel auch nicht mehr hin. Oder auch nicht, hä? Was ist denn der andere? Ey, das Level ist doch schon wieder so unfair gemacht. Okay, der eine ist da, dann müsste der andere hier unten links sein. Hm, na gut, drei Kapsel mehr ist jetzt... Ich finde solche Levels echt... Sorry, aber unfair. Kann man sagen, was man möchte, aber nee. Einfach nur ein Müll. Jetzt habe ich mich auch schon wieder verbaut. Ich werde nicht mehr... Ich werde nicht mehr... Dann mache ich das hier schon mal weg. Dann komme ich das einfach mal hier hin. Okay, dann hat mir das schon mal... Das kommt jetzt einfach mal so hin. Dann... Das werde ich eh nicht schaffen. Von daher... Es sei denn, es passiert noch ein Wunder. Ich könnte höchstwahrscheinlich doch den hier machen, aber... Dann fällt mir jetzt leider auch nichts ein. Nee. Sorry, aber solche Levels wirklich unfair. Das bringt mich jetzt auch nicht weiter. So... Ready? Go! Ready? Ich muss einfach mal einfach mal, ja. So... ... Da guckt dich. Also, ich bin manchmal nicht weiter... Es war keine nemmen Aufzagerung hier. Ich aucun das sein mit. Ich bin hilft, du bist die Goodnight. Jetzt bin ich ja, ich bin ja. Et du bist. Du bist ja, du bist. Ich bin ja, du bist okay... Ich bin ja, du bist doch einfach. Du bist ja, du bist. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt geht das natürlich weg. Oh, ich werde nicht mehr. Oh mein Gott, ich habe das. Halleluja. Und jetzt ist es aber wirklich umfällig. Definitiv. Gut, dann sage ich jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen. Und jetzt bis zum nächsten Mal bei Let's Play Dr. Mario World. Wann das sein wird, kann ich leider nicht sagen. Wenn das so weitergeht, bin ich wahrscheinlich erst in der Woche wieder. Naja, bis dahin. Tschüdelü. Glock. Glock. Glock.